Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Collectible Reihe. Wir befinden uns jetzt in der Mission Nummer 7 und gleich am Start habt ihr die Möglichkeit das erste Collectible einzusammeln. Während wir hier diesen schönen Höllen-Energie-Tower sehen, der dort oben dieses Höllen-Portal mit Energie versorgt, was wirklich richtig gut aussieht, finden wir, wenn wir uns umdrehen, auf der Kiste den ersten Codex-Eintrag. Seid ihr dem Hauptweg weitergefolgt und hier hochgesprungen, kommt ihr zum ersten Geheimnis, welches ich sogar in meinem Let's Play gefunden habe, in dem man eben nicht gleich dort hochspringt und dem Hauptweg weiterfolgt, sondern sich hier runterfallen lässt und dann sich nach links umsieht und hier die erste Sammelpuppe einsammelt. Außerdem gibt es hier in diesem Bereich auch den Schalter zur Secret Doom-Map. Diesen finden wir, wenn wir den Hauptweg weitergehen und dann nicht gleich die Kisten hochspringen, um auf diese Seite zu gelangen, sondern einmal hinter den Kisten nachsehen und sie hier aktivieren. Geöffnet hat sich die Tür nun, wenn wir wieder zurückgehen, im Prinzip direkt unter dem Schalter. Den ersten Elite-Soldaten finden wir nach diesem etwas weiteren Sprung hier, indem wir einfach dem Hauptweg folgen, uns hier runterfallen lassen und dann aber nicht gleich weiter den Hauptweg verfolgen, sondern uns einmal drehen und den Kollegen hier mitnehmen. Des Weiteren gibt es dann auch gleich einen Codex-Eintrag im nächsten Raum, den können wir gleich noch mitnehmen. Dazu einfach weiterlaufen. Hier in diesem Bereich müssen wir dann den Computer da aktivieren und hier hinten rechts in der Ecke liegt ein Codex-Eintrag. Nachdem ihr euch durch einige Gegnerwellen gekämpft habt, kommt ihr zu der Stelle, wo das nette Hologramm euch anfängt voll zu quatschen und ihr eigentlich durch diese Tür weitergehen müsst, weil man kommt von dort oben. Ihr geht aber nicht gleich dort rein, sondern dreht euch einmal nach links und seht hier die Runenprüfung, die man mit einem Doppelsprung erreichen kann und dann ausführen kann. Das nächste Secret finden wir direkt nach der Runenprüfung und ich muss zugeben, es war sehr, sehr schwer zu finden. Nur durch die Minimap, also durch meine Karte bin ich drauf gekommen. Und zwar habe ich versucht, mich dort hinten fallen zu lassen, weil ich dachte, vielleicht ist dort unten irgendwas, aber habe dabei entdeckt, dass hier unter mir, könnt ihr euch hier an diesem Rohr so ein bisschen orientieren, hier unter mir ist eine Stelle, wo man hinfallen kann. Mit dem richtigen Einsatz des Sprungs gelangt ihr dann da hin und wenn ihr hier reinkommt, finden wir einen Elite-Soldaten. Wenn ihr hier in diesem großen Eingangsbereich alle Gegenden gekleert habt, wir kamen von dort hinten und müssen durch diese Tür, könnt ihr euch einmal auf der rechten Seite orientieren, auf der es die Karte gibt, für diesen Abschnitt. Und dann, all the way around, auf der linken Seite hier, gibt es den nächsten Codex-Eintrag. Das nächste Geheimnis finden wir hier in diesem Bereich. Nachdem ihr alle Gegner gekleert habt und diese Sphäre, die hier eigentlich leuchtet, dazu benutzt habt, die ich immer gerne vergesse, könnt ihr hier einfach hochspringen und findet den nächsten Elite-Soldaten. Nachdem ihr in diesem großen Hangar-Bereich alle Gegner gekleert habt und passt auf, es kommen eine Menge Gegner, findet ihr auf der anderen Seite der Brücke, den nächsten Codex-Eintrag. So, nachdem ihr hier in diesem großen Hangar-Bereich auch wieder alle Gegner gekleert habt und es sind auch wieder eine Menge, holt ihr euch als allererstes die Kiste ran mit diesem Kran hier. Und dann finden wir das nächste Secret da oben. Ich habe einfach mal ein bisschen nach grünen Lichtern geguckt und das dann gesehen. Man sieht am Anfang, wenn man hier durch diesen Tunnel geht, eine Felddrohne wegfliegen. Die startet dort und genau diese werden wir dort oben finden, weil sie genau da hingeflogen ist. Das nächste Secret hatte ich sogar in meinem Let's Play gefunden, was ja nicht sehr häufig auf jeden Fall vorkommt. Dazu geht ihr, wenn wir hier aus diesem Hauptweg kommen, nicht gleich nach rechts unserem kleinen Freund hinterher, sondern lauft erstmal links, klärt hier die Gegner, findet dann hier ein bisschen Munition und Rüstung, hier drüben auch nochmal ein bisschen HP und Munition und wenn ihr diesen Weg weiterverfolgt, eine Runenprüfung. Das nächste Secret finden wir, wenn wir dem Hauptweg weiter folgen und wir sehen es auch schon hier oben. Das ist eine Argentzelle. Nachdem ich ungefähr 10 Minuten probiert habe, hier irgendwie hochzukommen, habe ich dann herausgefunden, und dass man das von der anderen Seite machen muss. Und zwar, wenn ihr auf dem Weg zum Blutnest seid, welches uns dort oben erwartet, kümmert ihr euch nicht gleich um das Blutnest, sondern dreht euch einmal rum und hüpft von hier aus auf die Seite. Und so gelangen wir zur Arscherzelle. Nachdem wir das Blutnest gekleert haben, finden wir hier den nächsten Codex-Eintrag. Ungefähr genau dort, wo das Blutnest stand. Und wir können auch gleich das nächste Geheimnis finden, indem wir in diesen Raum gehen und uns nicht gleich die Karte holen, sondern hier oben in dieses kleine versteckte Kabinett reinspringen. Dort gibt es ein bisschen Rüstung und eine Sammelpuppe. Das letzte Geheimnis finden wir, wenn wir den Fahrstuhlschacht mit der gelben Keycard herunterspringen und dann, bevor wir hier weitergehen, uns einmal umdrehen und in diesen Schacht springen. Dort finden wir den letzten Elite-Soldaten und damit auch das letzte Geheimnis dieser Map. Ja, und wie ihr sehen könnt, haben wir damit auch wieder alle Secrets und Errungenschaften erhalten. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich nicht ganz die Kampferrungenschaften geschafft habe, obwohl ich eigentlich jeden Gegner, der mir begegnet ist, getötet habe. Aber okay. So haben wir die Mission 7 erfolgreich beendet.